Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video und heute geht es um Matic. Matic wurde sich sehr, sehr oft gewünscht von euch, deswegen blicken wir heute mal ein bisschen genauer auf den Chart. 0,68, da war eigentlich die wichtigste Zone, da sind wir durchgebrochen und seitdem ging es steil bergauf bis auf knapp einen Dollar wieder. Mittlerweile wieder die Korrektur, also hier 25% Dump in Richtung 75 US-Dollar Cent und das trotzdem, dass Bitcoin immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau trailt. Geht es jetzt möglicherweise so weiter? Wo sind unsere nächsten Kaufzonen? Wo können wir für den Bullrun möglicherweise noch einsteigen und was sind unsere Bullrun-Ziele hier bei Polygon Matic? Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt heute mal im Update genauer anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, alles for free. Dort kriegt ihr auch immer die neuesten Updates, wie hier zum Beispiel mit Bitcoin, mit unserem Short-Trade und ja, kommt da gerne rein. Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr Matic oder sonstiges Traden wollt, meldet euch bei meiner Partnerbörse BingX up, dort kriegt ihr 10% lebenslang auf die Gebühren. Lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt aber rein zu Matic, wie gesagt, momentan bei knapp 0,75 US-Dollar-Cent. Wir haben hier unseren Support, das haben wir noch aus, ich glaube, aus dem Livestreamer damals eingezeichnet, unseren Support hier verloren, nachdem sich hier ein schönes Head-and-Shoulders-Chart-Pattern gebildet hat. Ihr wisst, ich bin kein Fan davon, aber trotzdem, hier hat es ziemlich akkurat gezogen. Preis-Ziel-Technisch muss man hier aber wirklich deutlich sagen, wir gehen jetzt mal nur hier bis zu den Closest, weil die Wigs immer ein bisschen eher fraglich ist. Wurde das technische Preis-Ziel noch nicht erreicht, kann aber noch kommen und das wird nämlich noch sehr, sehr interessant werden, denn, ihr habt gerade gesehen, Ziel ist hier unten bei den 0,68. Wir hatten hier schon einen Wig bis auf knapp 0,72 US-Dollar-Cent, dieser Preisbereich hat aber auch enorm viel Liquidität hinterlassen. Wir sind jetzt gerade hier auf einem 4-Stunden-Time-Film, ihr seht hier die Liquidität, daraufhin ging es dann wieder nach oben mit einem negativen Retest unseres Golden Pockets. Das heißt, dieser Bereich hier oben, da wo unser Golden Pocket jetzt derzeit noch liegt, das ist jetzt Widerstandsbereich geworden, das heißt, an dieser Stelle kommt es auch darauf an, wie reagiert Matic hier möglicherweise das nächste Mal. Momentan sieht es da noch aus, bilden hier so eine Art doppelten Boden. Wird sich zeigen, ob sich der wirklich ausbildet, wenn, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Breakout, eine Bestätigung und dann eine Trendfortsetzung nach oben. Ansonsten könnte das hier noch einfacher ein bearischer Retest werden, der uns dann nochmal deutlich runter Richtung 0,68 US-Dollar-Cent führt. Wieso 0,68 US-Dollar-Cent? Hierzu mal ganz kurz auf dem Daily-Time-Film. Wir hatten diesen sehr, sehr starken Impuls damals von einer unserer Kaufzonen hier unten bei 0,51 US-Dollar-Cent. Daraufhin knapp einen 100% Pump gesehen. Und hier seht ihr diese Zone hier. Dieser Preisbereich war in der Vergangenheit schon immer wieder sehr, sehr starker Widerstand. Kurzzeitig auch mal Support. Und dort sind wir impulsiv nach oben hin ausgebrochen. Dort ist die Liquidität in den Markt reingekommen. Und diesen Retest hier, sollte dieser Stand halten, könnte dazu führen, dass Matic hier wirklich nachhaltig eben diesen Bullrun nach oben hin möglicherweise startet. Wichtig war der erste Step, einerseits natürlich hier unten diesen Preisbereich bei 0,68 zu durchbrechen. War der erste Step. Dann zweiter Step, hier dieses Hoch rauszunehmen. Der dritte wäre gewesen, wenn wir es geschafft hätten, hier bei 93 US-Dollar-Cent ein höheres Hoch zu bilden. Das heißt, der kurzfristige Abwärtstrend hier unten wurde gebrochen. Mittel- bis langfristig bin ich hier noch etwas vorsichtig, weil dieser Preisbereich hier oben eben auf Daily Sicht bei 94 US-Dollar-Cent noch nicht durchbrochen wurde. Das heißt, grundsätzlich kurzfristig absolut Abwärtstrend gebrochen. Mittelfristig sind wir immer noch leider in einem kleinen Abwärtstrend gefangen. Also es ist noch nicht überbullish. Könnte aber jetzt, wie gesagt, kommen. Wir ziehen uns mal ganz kurz das FIP-Level von unserem Tief bis zu unserem Top. Und da sehen wir auch, ey, perfekt, genau hier zwischen 0,68 und 0,67 US-Dollar-Cent. Dort liegt eben unser Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Das heißt, es wäre grundsätzlich die bessere Variante, sollte sich der Kurs jetzt dafür entscheiden. Okay, wir konsolidieren es hier möglicherweise noch in diesem Preisbereich hier ein bisschen zwischen, ich sage jetzt mal 0,80 bis knapp 0,73. Und setzen dann aber unseren vorübergehenden Abwärtstrend fort bis dann eben hier runter bis knapp 0,70 bis 0,67 US-Dollar-Cent in das Golden Pocket. Wir hätten einen perfekten Retest. Wir hätten einen Hit ins Golden Pocket. Und von hier aus könnten wir dann wirklich möglicherweise einen Bullrun starten. Wenn wir uns mal das gesamte Bild angucken, muss man schon dazu sagen, Matic für einen Bärenmarkt eigentlich eine sehr, sehr gute Performance. Auch generell so. 21 war es top. 22 dann wie gesagt noch einigermaßen stabil. Dann ging eben der Crash los. Ähnlichkeiten zu Bitcoin sind hier auf jeden Fall gegeben. Man muss sagen, Matic hat sich im ganzen Bärenmarkt natürlich auch mit Partnerschaften mit Disney und was weiß ich, was da alles so war. Ist auch für mich für einen Bullrun immer noch sehr, sehr attraktiv hier einzukaufen. Hat es sich sehr, sehr stabil gehalten, dieses Projekt. Deswegen wäre hier möglicherweise bei 0,68 die nächste oder 0,69 hier in diesem Preisbereich die nächste Chance. Hier nochmal für Spot-Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, die liegt dann hier unten bei knapp 0,51. Und die dritte, die ich derzeit nach allem, was momentan so ein bisschen passiert in der Welt, ETFs kommen, Wirtschaft, dazu muss ich nichts sagen, aber anscheinend fließt trotzdem noch genug Geld. Wer das hier wirklich die dritte und letzte Kaufzeit zwischen 38 und 30 US-Dollar nennt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir diese Preisbereiche nochmal sehen. Ich möchte es nur gesagt haben, solltet ihr das wissen. Das heißt, erste Entry hier, zweite Entry hier und der dritte dann hier unten. Das sind so die Preisziele. Und ja, für einen Bullrun muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, wir machen mal ganz kurz CoinMarketCap auf und schauen uns mal Polygon an. Wenn wir uns mal die MarketCap eben ganz kurz angucken, weil das sind auch immer so Punkte. Man muss hier auch ein bisschen realistisch sein. Also man kann Preisprognosen machen ins 5000% etc. pp. Wir haben hier aber schon mittlerweile eine MarketCap von 7 Milliarden. Das ist schon sehr, sehr viel. Circulating Supply sind wir fast schon am Maximum. Das ist schon mal ganz gut. Aber wenn wir zu den Preiszielen kommen. Preisziel bestimme ich meistens für einen Bullrun ebenso. Wir ziehen von unserem letzten hoch, das heißt hier oben von unserem Bullrun Top bei knapp 3 Dollar bis runter zu unserem Bärenmarkt tief bei knapp 32 US-Dollar Cent. Also wir hatten hier knapp eine 90% Korrektur. Ziehen wir uns das FIP-Level, dann ist für mich immer der erste wichtige Punkt, das Golden Pocket erst einmal zu erreichen. Dann wären wir hier bei knapp 2 Dollar. Aber es wäre von hier aus, wenn wir uns mal ganz kurz so das Preisziel setzen, wären wir so bei knapp 160%. Für viele überhaupt nicht interessant. Merkt euch aber immer eins. Haltet euer Geld auf dem Bank und da kriegt ihr 4%. Haltet euer Geld zum Beispiel möglicherweise in Matic und ihr könntet bei einem Hit ins Golden Pocket und ich halte es sehr, sehr wahrscheinlich hier bei Matic, dass das wirklich der Fall sein sollte mit Partnerschaften etc. pp. Dass wir hier 160% Pump sehen könnten. Maximum, also erstes Ziel wäre auf jeden Fall der Maß all-time high. Zweites, für mich auch wirklich erst einmal das Maximum wären 4,50 Dollar im Bullrun. Das wären 500%, die hier nach jetzigem Stand immer noch möglich wären. Man muss aber wie gesagt dazu sagen, wir befinden uns hier bei 7 Milliarden Market Cap. Wir wären da bei 35 Milliarden Cap. Und wenn wir uns einfach mal so ein bisschen die Rankings angucken, was so die Market Cap immer so anbelangt, 35 Milliarden, dann wären wir schon auf Platz 4 mit BNB. Und BNB ist auf dem absteigenden Asp. Wir wären vor Ripple. Also man muss es immer mal so ein bisschen in Relation setzen. Trotzdem, das ist für mich wirklich das aller, aller Bullischste, was passieren kann. Höher gehe ich ehrlich gesagt aufgrund Market Cap etc. pp. Erst einmal nicht davon aus. Was sagt ihr dazu? Gerne mal eure Meinung in den Chart, äh, nicht in den Chart, in den Chat dazu schreiben. Unten in die Kommentare rein, was für Preis TDI jetzt bei Matic seht. Seid ihr in Matic investiert? Seid ihr noch nicht investiert? Wieso? Weshalb? Warum? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Altcoin Update Video wieder. Das war es von mir. Ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram Gruppe joinen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Ciao.